MANTUA MANTUA Die Hände auf dem Rücken, Andreas Hofer ging. Mit ruhig festen Schritten ihm schien er totgering. Der Tod, den er so manches Mal vom Isenberg geschickt ins Tal. Im Heigenland, Tirol, im Heigenland, Tirol. Doch als aus Kerkers Gitten im festen MANTUA Die treuen Waffenbrüder, die Hände erstreckend sah. Da rief er laut, Gott sei mit euch, mit dem verraten Deutschen Reich. Und mit dem Land Tirol, und mit dem Land Tirol. Und von der Hand die Binde nimmt ihn der Korporal. Andreas Hofer bietet all hier zum letzten Mal. Dann ruft er laut, so trefft mich recht. Gebt Feuer ab, wie schießt ihr schlecht. Achtet mein Land Tirol! 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 Untertitelung des ZDF, 2020